Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 88 Jahren wurde die neue Ständische Landesverfassung Niederösterreichs beschlossen. Der Ständische Landtag zählte 36 Mitglieder, die dem Regierungslager aus christlich-sozialen und Heimwehr angehörten. Die Agenten des Landtages wurden erheblich eingeschränkt. Ein demokratisch gewählter Landtag kam erst wieder 1945, nach der Wiederrichtung der Demokratischen Republik Österreich, zusammen. Die Zeit zwischen 1934 bis 1938 trägt in Österreich viele Namen. Austrofaschismus, Ständistaat, austrofaschistischer Ständistaat oder Dolphus-Schuschnigg-Diktatur. Was die Namensgebung betrifft, herrscht bis heute Uneinigkeit. Kein anderer Abschnitt der Zeitgeschichte Österreichs ist derart umstritten wie dieser. In Schulbüchern findet sich meist die Kompromissformel austrofaschistischer Ständistaat. Ein Ständistaat ist ein Staat, der auf Gruppenzugehörigkeit basiert und in Ständen gegliedert ist. Ein demokratisch gewähltes Parlament und politische Parteien existieren nicht. Am 1. Mai 1934 wurde in Österreich eine ständisch autoritäre Verfassung eingeführt, die Mai-Verfassung. Parteien wurden verboten. Die einzige anerkannte politische Organisation war die Vaterländische Front. Am 30. Oktober 1934 tagte der Rest des 1932 gewählten Landtags ein Rumpfparlament, das dem alten Landtag einen Nachruf hielt und die neuen Autoritären begrüßte. Einen Ausschnitt aus der Sitzung des Niederösterreichischen Landtags vom 30. Oktober 1934 gibt es auf der Website der österreichischen Mediathek unter www.mediathek.at. Das ist eine Online-Ausstellung, die sich als akustische Chronik des 20. Jahrhunderts versteht. Das rund einminütige historische Tondokument überliefert den Originalton von Eduard Bahr-Bahnfels. Er war damals stellvertretender Landeshauptmann von Niederösterreich und Gutsbesitzer in der Gemeinde Weistrach bei Amstetten. Das Dokument bringt Auszüge seiner Rede im Niederösterreichischen Landtag als Mitglied des Länderrates. Darüber hinaus gibt es online zwei weitere Ausschnitte aus der letzten Sitzung des Niederösterreichischen Landtags 1934. Von Alois Fischer, seit 1931 erster Landtagspräsident und ab 1934 Präsident des Ständischen Landtags und vom ehemaligen Bürgermeister von Langenrohr und damaligen Landeshauptmann von Niederösterreich, Josef Reiter. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017